so war da mit star wars die die volle norde dann heißt es jetzt dass man sich hier durcharbeiten die frage ist wie war dann mal kommen wir hier runter müssen wir irgendwie und da schauen wir müssen wir da unten runter probieren wir es zumindest mal da und ist in so viel das was wir drücken ja da war jetzt die mitte so wie die brücke aktiviert Okay, das ist zu viel. Okay, das war wahrscheinlich klar, dass irgendwie... Das dauert gerade wieder so ein bisschen mit dem Nachspawn. Hier sind wir wieder in die Kiste. Ah, neues Poncho-Material. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Eine Bockrate, okay. 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 So, jetzt machen wir das Viech mal ein bisschen ausgetrickst. Jetzt sind wir da vorbei, Gott sei Dank. Und das ist, glaube ich, wieder so ein Meditationspunkt, oder? Ja. Und da haben wir uns die unterirdische Zuflucht. Kommt wieder neue Fähigkeiten oder habe ich da keine? Das muss ich gerade mal ausfinden. Okay. Scheinbar schon. Ah, ich habe keine. Okay. Sehe ich gerade. So. Äh, müssen wir da jetzt runter, oder? Ich würde es halt gerne vermeiden, wenn ich ehrlich bin, wenn es kann. Mal schauen, müssen wir da runter. So, die sind schon mal tot. Dann ist das da oben keine Anzeige für die Kraft, sondern die ist unten links. Also für die Energie, die wir noch haben. Warte Frage, jetzt komme ich da. Oh Mann, es ist ja ziemlich mächtig und ich weiß nicht was. Ja. Siehst du was da drin? Ops. Ja. Ja. Ich hab jetzt hier das mit mir verkehrt aus! Ja, ich hab jetzt schon mal hier. Ich hab das noch nie nach oben drauf. Dann nehmen wir den Weg. Diese komischen Echsen. Das ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündeten. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Auf ein neues. Vertraue dir selbst. Ja, Meister. Die Frage ist wie. Die Frage ist wie. Die Frage ist wie. Hmm. Warte mal. Hetz, Hetz, wo? Kann ich grad nicht. Ich muss grad irgendwie mich rausfinden, wie ich da rankomme. Das ist das Problem. Das ist aber auch nichts angezeigt, wie der sich sagen. Aber ich glaube, fast wir haben es sogar noch rausgefunden. Wenn ich an die Wand springe oder noch mal springe, dann müsste es eigentlich funktionieren. Die Frage ist... Ah, verdammt. Nichts weit genug. Warum hältst du dich da nicht fest, Kollege? Ach, mit X-Campo gedrückt halten, okay. Okay. Okay, aber zum Gruppenverstanden habe ich es jetzt gerade. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Leck mich doch. Warum sprichst du denn vorher ab? Ey, der springt dann direkt vorher ab noch, ey. Und das ist auch beim letzten Mal. Zwolle, ich muss ja wieder komplett neu alles machen. Jetzt komm her zu mir. Scheiße. Scheiße. Hm. 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 Oh, warum sprichst du denn früh ab? Ich stelle mich gerade so ein bisschen dämlich an, wie ich ehrlich bin. Und wieder springt er zu früh ab. Hm. Nein, ich tue... Äh, wo wolle ich? Vielleicht lass ich das sehen. Hm. 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 bis hierhin komme ich ja auch und dann versagt er mir ja versagt dass mir ich glaube es ist gedrückt aber wenn man sich verspricht habe ich das gefühl dass ich zu früh einfach abspringen will also ich halte durchgedrückt aber ich spreche dann irgendwann zu früh einfach um jetzt mal rüber gehen wenn ich frage ist wie komme ich jetzt darüber nein lass doch nicht los ja Oh, oh, oh. Ich habe das Gefühl, dass er einfach auch mal teilweise alles absichtlich zu früh los ist. Ich schiebe mich gerade extrem dämlich an. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Gab ihn. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, gut. Nach dem ganzen Frust würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Blitz. Da muss für die vollen Order. Und dann schauen wir mal. Ach, da oben ist das. Oh. Hallo. Tschüss. Yay. Danke. Vielen Dank.